Es ist ein bisschen vorstellbar. Ich finde, es ist so weit, wenn man das dann wahrscheinlich zu sehen wird, man kann es nicht mehr arbeiten. Ich gratuliere erst einmal zu meinem Kollegen zum Sieg im Pokalspiel. Wir hatten vorhin im Spiel so große personelle Probleme, dass es heute möglich war, eine konkurrenzfähigere Mannschaft ins Welt zu schicken. Und so haben wir auch in den ersten zwei Gegentoren ein bisschen schlafmützig agiert. Danach haben wir uns zumindest stabilisiert. Und dann haben sie zumindest in der zweiten Halbzeit eine ganz akzeptable Leistung geboten. Und da kann man zumindest von dem Ergebnis, gemessen an der Qualität, die wir auf dem Platz hatten, halbwegs zufrieden sein. Aber es war eigentlich vor dem Spiel schon relativ klar, dass wir ganz wenige Chancen uns ausgerechnet haben, um weiterzukommen. Aber die Mannschaft hat sich, wie gesagt, ganz ordentlich verkauft. Und dann gab auch der Anfang, dass man nicht viel zu was Chancen oder sowas auch vorgelegt hat. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.